Jetzt bin ich verwirrt. Oh, Charakterauswahl. Schade, dass hier jetzt kein Münzambul für... Ja, das stimmt. Hol ich das Mädchen? Weiß ich, ist eh schon ein Level niedriger. So. What the fuck? Ach, du musst das Helm oder das... Oh, Manni! Oh, Manni! Diablo! Wir sind bei Diablo angekommen, Leute. Diablo, eindeutig. Das, das! Jawohl! Ne. Hack und Slay. Ah, wie geil! Klatsch! Oh, oh, oh. Au, ah! Ah, lass mich in Ruhe! Au, 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 au! Oh, Mann! Feuering! Okay, wir haben Feuering bekommen. Uh! Oh, 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 oh! Halskette... What the fuck? Feuering, bloß fünf... Es ist... Feuerresistenz? Okay. Was ist das? Halskette ist Adlers. Bloß zwei Ausweichungs. Okay, okay, okay. Hm. Oh, eine Kiste. Was ist da drin? Was ist da drin? Lebensbalken? Sie sind nicht mehr auf Viertelherzen beschränkt. Oh, yes! Wo ist der, wo ist der Balken? Ah, what the fuck? Ne, oder? Lol! Wir haben echt Diablo. Äh, Diablo. Aber, ah! Da muss ich aber jetzt mehr hacken hier auch. Ach, kann ich mir das ausspielen eigentlich? Ne, schade. Es wäre es noch gewesen, ey. Umgebungslicht. Sie hängt davon ab, wo ihr euch aufhaltet. Ja. Diablo. Hm. Hammer, Mann, hier. Voller Inf Diablo hier. Was haben wir hier? Dynamische Beleuchtung auf... Oh ja, jetzt hätten wir mit euren Waffen Funken sprühen zu lassen. Oh, nice. Aua. Aaaaah! Ich war geil, dass die mehr als ein Leben haben. Aua, aua, aua. Boah. Boah. Aaaaah! Ich spring mich um hier. Nein! Scheiße. Fortfahren. Boah, fuck ist das anschwungen. Boah, komm. Oh, bam, bam, bam. Alter, wie soll ich denn das schaffen hier? What the fuck? Boah. TP, okay. Nein. Oh, hoch. Wunderbar. Bam, bam, bam. Alter. Ah, scheiße, getrölt ist besser. Ah. Aua. Blöde Viecher, ey. Was soll ich denn das überleben, Alter? Hab ich irgendwie trank oder sowas? Scheiß. Hm. Was haben wir hier? Mehr Opfer, wenn euch nach einem Amok läuft, zumute ist. Okay. Nein. Ich stelle mich mal schön dahinter. Alter. Alter. Ich halte die aus. Ich bin so blöd, das zu treffen. Oh, ich brauch unbedingt Tränke. Scheiße. Alter, Alter, wie soll ich das so überleben? Oh, noch eine Kiste. Ich bitte geh mir was Gutes. Minikarte blickt an der X-Linke-Jakke ab. Blickt an der linken, okay. Ähm, ich hab Gegner gehört. Das hat mich gerade nervös gemacht. Okay. Ich hab echt nix zum... ...gemalt. Ich bin schon wieder heilen. Aber wenn ich sterbe, dann werde ich wieder... Aber scheiße, ich brauch Leben, ey. Aber das ist echt krass, gell? Volles Rollenspielen. Jetzt haben wir ein Hack-und-Slash-Spiel. Ey, was kommt noch, ey? Hä? Äh, ich hab' Gegner. Ja. Oh, komm, stirb einfach. Mist, Viecher. Alter. Boah. Hast du dir nicht geputzt, Mann, ey? Oh, einmal. Zack. Oh, 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 oh. Nein. Oh, weg. Sterb, bitte. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Da hin, Mädchen. Was machst du da? Boah. Boah. Ne, geht ihm mal gar nicht. Boah, muss speichern. Melektomio. Was gibt's hier unten? Ach du Scheiße, ist die Höhle groß. Und ich will so schnell sterben jetzt. Alter. What the fuck? Boah, die kommen überall her, die Fischo. Oh, einer ist weg. Oh, schnell weiter. Oh, schnell weiter. Alter. Boah, weg. Oh. 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 Alter, ich, ich blieb das noch nie, weil, fach. Ne, ich bringe mich jetzt aber um. Alter. Nein. What the fuck? Wo kommt die noch mal her? Ist er von der Bach in der Matrix sitzt hier, oder was? Multigill. Alter, Multigill. What the fuck? Wo kommt die noch mal her? Alter, wo kommt die noch mal her? Oh. Stirb. Oder? Alter. Alter. Ah, ich brauche leben. Ich brauche leben. Guck mir noch mehr Fischer. Alter, Walter. Ich wusste es. Ich wusste es. Also? Scheiße, ich kriege mich jetzt nicht die alte Freieschendejahe,'. Ja, ich habe auch immer gesagt. Nein. Gesetze, du willst Fischerhaben. Und ich frage mir aus dieser Welt, das habe ich mir hier mit ihr besprochen. Die war nicht so. Gelbernstanzen. Wait seit Lk. Begar, ich muss auch das super. auch danke für das Leben vielen Dank das nix okay so gehen wir da lang ich bin sie nicht kaputt machen, dann stehe ich immer nicht naja oh, da muss man holen so macht man die Kuhle zusammen für für diese komische Karte, haben wir schon 5000 Kröten, Alter ist doch mal nett, oder? oh, oh, wunderbar, danke nein, oh, alter, alter, du bist viel oh, aua ja, genau, tschüss sterb was, warum, komm gestas Handgelenkschutz plus 10 Meuchelschaden okay oh, man, 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 springen die 1 bis 1 geschenkt was? ich hoffe es mal ah, ich glaub schon ah zack oh, das war unfair, das war nicht geplant das war immer echt fies oh, ich mach mehr Schaden auf jeden Fall das sein das sein sterb sterb so mit dem Lebenssaft hier hoch wo muss man den letzten Gegner zack, 112 power zack oh zack, wunderbar, weg mit dir bam, 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 bam oh, heller mit jawohl, noch mehr Leben Gürtel der Legende Gürtel der Legende Gürtel der Legende bloß 10 Racker Geschwindigkeit ja, mich schlagen auch schneller will ich mir jetzt das ein glaub nicht hier ist nix, oder? nö ok hm gibt's keine Truhe? what the fuck kann das sehen, oder? hm ok böses Spiel ganz böses Spiel gut, was haben wir denn hier rechts dann oh, ist hier nix what the fuck das kenn ich nicht boah, ich Mucke what the fuck was geht hier ab, Leute? oh alles ah schön zack, zack, zack alter monster kill bam ammo glove oh wow multi kill yes multi kill wieder da haben wir neben wo noch laufen wochen auflaufen lad nueva muss neben einsatz geist dass er auch nicht zack, zack wo wir leben ich laufe zurück Mami! Ich will wissen, was das für ein Item ist, und da hat man noch speichern schnell, uah! Alter, was habe ich denn da bekommen gerade? Geist der Legende, ne das haben wir schon. Ach Quatsch, bleib ich noch ein Mist. Geist des Tüfen, plus 5 Schaden gegen mythologische Kreaturen. Halskette des Atlas, plus 2 Ausweichchancen. Okay, jetzt können wir auch wieder sterben ruhig, weil... Ist ja gespeichert. Jetzt ohne Witz, wieso wir das schaffen, bitteschön. In einem Durchlauf ohne zu sterben dort. Ich hab keine Ahnung. Oh, jawohl. Aber... Ja! Uh, ne Armbinde bekommen. Was bringt die? Drax-Armbinde. Von man den Benutzern einem Drachen. Zwölf Monate abgelingt Zeit. Ha, 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 ha! Alter, oh, wir haben überhaupt kein Leben mehr, Alter. What the fuck. Schnellhauser. Ijeje. Haben wir fast irgendwie im Mittag gedacht. Und das ist was... Ich hab gedacht, ich hab ein paar Tränke oder so, Scheiß. Oh ne... Und sterbe ich halt jetzt. Puh... Dann ist das halt so. klack 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 Prozent 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 Vorfahren Wir haben auch zu sagen also ich habe so aus von euch alle um mir. Zack, 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 zack. Alter, ne Metzeln hier. Ich klau mal so viel Leben. Alter, ich bin gleich tot. Zack. stirbt. Alter. What the fuck. Ich hab mich fast getötet. Boah. Oh.